Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe heute mal wieder eine Barbie Puppe für euch und zwar eine ganz besondere, nämlich eine Meerjungfrau aus dem Film Barbie Dreamtopia, geeignet für Kinder ab drei Jahren und hergestellt von Mattel. Wenn man die Puppe hat, dann kann man glaube ich auch noch zudem eine App runterladen, nämlich die App zu dem Film. Ich würde sagen, wir beschäftigen uns aber als allererstes mit dieser wunderschönen blauen Meerjungfrau. Die Meerjungfrau habe ich jetzt mal ausgepackt und ich dachte auf den ersten Blick, dass sie komplett so tintenblaue Haare hat, aber hier unter hat sie noch einen weiteren Blauton, nämlich so meeresblau oder hellblau, so gestrehnte Haare. Das sieht richtig cool aus. Man könnte ja auch einen Zopf machen, dann kommen die hinteren Haare vielleicht noch mehr zur Geltung, ansonsten kann man die ein bisschen schlecht erkennen. Aber ich finde die Farbkombination auf jeden Fall total schön und auch mal was ganz anderes, nämlich keine blonden Barbie Haare, sondern tiefblaue. Auch das Make-up ist ein bisschen anders, eher so silbern und die Augen sind quasi in der Farbe wie auch die Haare. Hier oben ist noch so ein Diadem. Meerjungfrauen sind ja oftmals auch in irgendwelchen Geschichten Prinzessinnen. Dann haben wir hier noch ein richtig tolles Oberteil mit solchen Glitzersteinen in Silber, eine pinke Halskette und selbstverständlich auch eine richtig tolle Flosse. Die Barbie kann sich übrigens hinsetzen, hier in dem Unterkörper ist so ein Gelenk und die Flosse ist so geschubbt quasi. Auf der Rückseite sind dann noch so kleine Steinchen, also so Kristalle angedeutet und ich dachte, die Flosse ist irgendwie ein bisschen klein, aber da gibt es noch ein weiteres Teil. Das können wir hier einfach so hineinstecken und das verlängert die Flosse. Vielleicht hat das nicht mehr ganz in die Verpackung gepasst und die kann man dann einfach so einrasten lassen und dann hat die Barbie Puppe auch noch eine lange größere Flosse, die ist auch flexibel. Also ich denke, die Barbie kann man auf jeden Fall auch mit in die Badewanne nehmen. Es gibt jetzt keinen Aufziehmotor oder so, das gibt es ja manchmal bei Barbie Puppen, dass sie ja im Rücken noch irgendwie was ist, dass man das Ganze so aufziehen kann und dann schwimmt sie wie eine richtige Meerjungfrau im Wasser. Das gibt es jetzt nicht, aber trotzdem kann man sie natürlich benutzen in der Badewanne, im Pool oder auch im Planschbecken, im Schwimmbad, wo auch immer. Ich finde sie richtig schön, also vor allem diese Haare und wenn ich euch mal ein Geheimnis verraten darf, solche Haare, also diese Haarfarbe hatte ich auch mal, also so ganz, ganz tiefes Blau. Ich würde sagen, wir werden jetzt einen kleinen Praxistest mal machen. Wir werden die Barbie Puppe jetzt mal baden und schauen, wie sie sich so im Wasser verhält. So, dafür habe ich jetzt einfach mal die Baby Born Badewanne genommen, weil die schön groß ist. Da passt die Barbie Puppe, die Meerjungfrau auf jeden Fall komplett rein. Wir tauchen sie jetzt mal unter und ich dachte, vielleicht verändert sie im Wasser ihre Haarfarbe oder so, aber die Puppe hat jetzt keine besonderen Funktionen, außer dass sie einfach wunderschön aussieht und natürlich eine Meerjungfrau ist. Das ist natürlich schon ein Special genug bei einer Barbie Puppe und ich finde auch unter Wasser sehen die Haare so richtig cool aus, wenn die so im Wasser liegen. Also ich habe auf jeden Fall schon meinen Spaß gehabt mit dieser Barbie Puppe und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr eine Meerjungfrau sein würdet. Welche Haarfarbe hättet ihr dann gerne? Hättet ihr solche blauen Haare wie die Barbie Puppe oder vielleicht pinke oder rote, grüne Haare stelle ich mir auch cool vor. Das war es jetzt von unserer Barbie Dreamtopia Meerjungfrau. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben geben. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert natürlich und damit ihr kein Video verpasst, einfach auf das kleine Glöckchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!